Du wirst nicht glauben, wie unfrissbar lecker diese Gin Tonic Kekse sind. Zunächst bereite ich meinen Teig vor, bestehend aus Mehl, Zucker, Limendenabrieb, Eiern, sowie den Gin von Needle, Tonic und Butter. Das Ganze wird verknetet zu einem glatten Teig, der in den Kühlschrank kommt und anschließend ausgestochen wird. Nur mein Topping aus Needle, Limettensaft und Butterzucker anrund, denn...